Du fragst, wo drückt der Schuppi-Sach heute denn? Wollt er nicht lauf? Barfuß, Barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tog. Präsentiert von GoFree Concepts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast. Ja, wir nehmen gerade hier auf Anfang April im Schnee und hoffen, dass diese Folge gesendet wird, wenn wir schon langsam Richtung Sommeranfang gehen. Denn wir wollen heute über etwas sprechen, was man eben halt nur dann sieht, wenn die Füße auch an die frische Luft kommen. Über Fußschmuck. Und wenn ich sage, wir sprechen darüber, dann begrüße ich wie immer für euch heute die Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo. Ja, ist echt spannend, ne? Also heute Morgen Jalousien hoch und was sehe ich? Schnee. Und das war kein April-Scherz. Das war kein April-Scherz. Oh Mann, naja, also haben wir heute gleich die passende Stimmung zum passenden Wetter, zu unserem passenden Thema Fußschmuck im Schnee. Ja, ist auch schön. Ja, wie gesagt, wir nehmen ja immer mit ein bisschen Vorlauf auf. Also erste, fünfte müsstet ihr jetzt mindestens haben, wenn ihr diese Folge hört. Und wir hoffen, es ist die Sonne schon ein bisschen rausgekrochen. Und dann tragen ja die meisten auch eher mal ihre Füße offen. Und der ein oder andere trägt dann ja auch erst wieder seinen Fußschmuck. Deswegen wollen wir darüber heute sprechen. Welche Form von Fußschmuck gibt es denn? Was haben vielleicht auch für Vor- oder Nachteile? Wofür überhaupt Fußschmuck? Wollen wir vielleicht auch ein bisschen drüber reden? Welche Problemstellungen es da rundherum gibt? Und unsere eigenen Erfahrungen natürlich auch. Ja, Yvonne, trägst du Fußschmuck? Ja, natürlich, ich bin Mädchen, ne? Ja, wo ich angefangen habe, das Barfußlaufen für mich zu entdecken, habe ich tatsächlich vieles ausprobiert. Weil Innenschuhen oder Innensandalen Fußschmuck zu tragen, je nachdem, was es da gibt, ist manchmal auch sehr unangenehm. Also Fußschmuck hatte für mich dann einen großen Mehrwert, wo es dann wirklich darum ging, nackige Füße zu präsentieren. Klar, Nagellack darf nicht fehlen. Aber ich habe tatsächlich auch mal Ringe ausprobiert oder halt Knöchelkettchen ausprobiert. Ich habe mir auch irgendwann mal diesen Fußrückenschmuck, nennt man den so, Fußrückenschmuck? Du sagtest vorhin Barfußsandale. Ja, unter Barfußsandale habe ich schon öfter mal gelesen. Genau, also ich habe davon bis eigentlich mal so ziemlich alles rauf und runter ausprobiert, ein paar Sachen für gut befunden, weil es mir auch einfach geholfen hat, so unauffällig Barfuß zu gehen, wenn ich jetzt an diesen Fußrückenschmuck denke. Weil man könnte halt vermuten, dass da halt noch eine Sohle drunter ist, ist es aber nicht. Von daher war das erstmal weniger auffällig dann. Wer jetzt mit dem Begriff nichts anfangen kann, kann man sich nichts darunter vorstellen. Nur mal kurz zur Beschreibung. Es ist vom Prinzip her ein, was auch immer für ein Material, das wirklich den Fußrücken bedeckt und dann nur an einem oder vielleicht zwei Zehen vorne befestigt ist und oben am Knöchel. Und tatsächlich befindet sich keine Sohle unterm Fuß. Sieht halt nur von oben vielleicht aus wie zumindest ein Teil einer Sandale. Also ich habe da auch schon alles gesehen von sehr filigranen Kettchen, Perlenketten, bis hin zu einem, ich sage jetzt mal massiven Lederschild, gibt es alles Mögliche. Genau, richtig. Ich hatte mir tatsächlich was anfertigen lassen von einer guten Bekannten von mir. Das ist so ein ganz, ganz filigranes Garn und das hat sie dann halt verhäkelt. Aber jetzt nicht einfach so, ne, zack, bumm, häkel, fertig, sondern mit Perlen drin, mit Federn drin und so weiter und so weiter. Sodass man halt wirklich dann, von wo wurde das denn befestigt? Ich glaube vom Mittelzeh hochgehend wurde es dann halt befestigt mit einer kleinen Schlaufe. Zog sich dann erst dünn über den Fußrücken, wurde dann immer breiter, breiter, breiter. Bis man es dann halt um das Fußgelenk dann, ja, nicht geknotet, auch dann halt irgendwie geknüpft hat. Also da gibt es schon echt schicke Sachen mittlerweile, die sich auch echt sehen lassen können. Also gerade für die Barfußanfänger unter uns, die vielleicht doch noch so ein bisschen, ne, mit Frevel oder Scham besetzt sich draußen bewegen, finde ich das halt echt eine gute Möglichkeit. Ja, wobei ich persönlich zum Beispiel sage, je nachdem wie es aussieht und wer es trägt, kann es auch durchaus albern wirken. Also ich habe auch schon gesehen, dass dann Männer so Hochglanzperlenkettchen da quer über den Fuß tragen und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sah irgendwie bräsig aus. Also da hätte ich dann eher Verständnis, wenn dann da einer spotthaft drüber spricht, als wenn wirklich über den komplett nackten Fuß dann gelaufen wird. Weil das weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht einfach mein persönliches ästhetisches Empfinden. Irgendwie gehört das nicht zusammen. Das passte nicht. Ja, klar. Also wenn wir jetzt hier die Genderschublade aufmachen, natürlich. Aber da muss man ja auch sagen, in Form der Toleranz, also Männer trauen sich da halt auch schon mehr. Ich habe auch einen bekannten Kreisenmann, der ist ganz schlimmer Fußballfan und der lässt sich zum Beispiel immer, je nach Saison und je nach Fußballklub, der gerade vorne liegt, auch immer passend. Und die Fußnägel designen, also kann man auch machen. Warum nicht? Also wer mutig ist und das halt auch selbstbewusst tragen möchte und kann, nur zu. Ja, für mich, also ich habe Fußnagellack noch gar nicht probiert. Es ist auch überhaupt nicht mein Fall. Also ich mag das nicht leiden bei Männern, bei mir also auch nicht anzuschauen. Und deswegen mag ich es auch nicht selber ausprobieren. Und ich finde, das gehört irgendwie nicht zusammen. Das ist, wie gesagt, mein persönliches ästhetisches Empfinden. Wer es tragen mag und möchte, dem sei das natürlich freigestellt. Aber ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Ich finde, das passt nicht irgendwie. Es wirkt manchmal auch ein bisschen dann too much, finde ich. Das ist dann so, wenn es dann nicht unbedingt gedeckte Farben, sondern dann auch noch extra grell, dass quasi der Fuß vor sich hin leuchtet, dann finde ich es noch mal so ein bisschen, schaut mir alle auf die Füße. Dieses Highlighten des Fußes, das ist mir dann einfach zu viel. Okay. Wäre das bei Frauen denn auch so oder ist das nur bei Männern so? Ja, also dieses Highlighten, schaut mir alle auf die Füße, das ist tatsächlich geschlechtsunabhängig. Aber bei Männern mag ich Nagellack gar nicht, egal ob gedeckte Farben, dunkle Farben. Wobei schwarzer Nagellack hat vielleicht den Vorteil, man sieht die dreckigen Zehennägel dann nicht so sehr. Obwohl, da muss ich einhaken, wenn jetzt hier meine Barfuß-Waldwander-Saison losgeht. Es gibt halt einfach Stellen unter den Nägeln, die kriegst du dann einfach nicht mehr sauber jener Schlamm. Das stimmt. Das ist so. Du schrubbst dir da einen Wolf und überlegst dir dann so am nächsten Tag, toll, morgen ist eh wie eine Wanderung. Hat jetzt richtig Sinn gemacht. Also von daher, ich kann es verstehen, wenn man dann sagt, ich packe da einen dunklen Nagellack drüber, damit man das Elend nicht sieht. Ja, ich präsentiere dann lieber das Elend, bevor ich mir Nagellack da drauf knalle. Da bin ich praktisch veranlagt. Aus den Augen, aus den Sinnen. Das ist vielleicht tatsächlich, also wir haben ja schon mehrfach gesagt, dass es wirklich auch Geschlechtsunterschiede gibt tatsächlich, wie man mit dem Thema Barfußlaufen umgeht. Und ich glaube auch, dass das Thema Fußschmuck sehr geschlechtsspezifisch durchaus ist. Ja, aber ich habe tatsächlich einen Mann gehabt, noch gar nicht so lange her, das war zu meiner Neujahrswanderung. Der fertigt allerdings, der ist Sattler. Also der fertigt ganz viele verschiedene Sachen aus Leder, Taschen, also wirklich alles, Jacken, Westen und so weiter. Und der hat sich tatsächlich so ein Fußrückenschild selbst gemacht, auch so mit Nieten rein, mit irgendwelchen filigranen, nicht Schnitzereien, das ist nicht geschnitzt, das ist reingefräst. Gestanzt. Gestanzt, gestanzt, keine Ahnung. Gestanzt, glaube ich, ja. Genau, aber so richtig kunstvoll und halt ein dunkles, nabiges, braunes Leder mit diesen Ornamenten da drauf. Und dazu hat er halt auch entsprechend schwarzen Nagellack gehabt, mit dann nochmal so einem leichten Cracklack drüber. Kennst du Cracklack überhaupt, Alex? Cracklack, nein. Bin ich raus. Das ist ein Lack, das ist eigentlich ziemlich cool. Den trägst du auf und der platzt dann auf in der Trocknungsphase. Das heißt, du arbeitest mit zwei Komponenten, du hast einmal einen hellen Lack und dann diesen Cracklack drüber und dann sieht das so ein bisschen getigert oder gestreift dann aus, wenn der so aufspringt. Und das hat er auch gemacht, auch in braun und in schwarz und das, das passte richtig zusammen, das sah richtig cool aus. Und das war dann halt, klar, ein Eyecatcher, aber auch so ein Icebreaker für Gespräche, weißt du? Also als Mann und selbstbewusst sowas getragen und er sagt auch, warum sollen sich nicht Männer auch schmücken dürfen? Und richtig, richtig cool und es wirkte auch männlich und maskulin, weil nicht irgendwie schnörkelig bunt was war. Also das war schon richtig, richtig cool. Es gibt natürlich durchaus einen Unterschied auch in der Art und Weise des Schmucks. Also wenn wir jetzt mal bei der eigenen Schmuckerfahrung, auch ich habe ja am Anfang, wo ich mit dem Barfußlaufen angefangen habe, mich für Fußschmuck entschieden. Um ja, aus welchem Grund habe ich dann ja irgendwann für mich mal so auch überlegt. Es war auf der einen Seite, um mich selber vielleicht nicht ganz nackt am Fuß zu fühlen, auf der anderen Seite, um vielleicht auch darzustellen, nein, das ist kein Versehen, das ist Absicht. Und habe dann auch Fußringe getragen und habe da auch lange gebraucht, um einen Fußring zu finden oder Fußringe zu finden, die für mich zu mir als männliche Person passten. Sind jetzt Fußringe bei dir Zehnringe oder sind das Fußketten? Nein, Zehnringe tatsächlich, Zehnringe, ja. Und viele waren mir zu filigran gefertigt, zu feminin, einfach in der Wirkung. Und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube, ich habe acht oder neun verschiedene gekauft und vorher bestimmt gefühlte 50 in der Hand gehabt in verschiedenen Ladenlokalen. Tatsächlich wurde es dann hinterher eine Online-Bestellung, weil ich in den Ladenlokalen mir, das war mir alles zu feminin. Und dann habe ich dann, ich sage jetzt mal, sie hießen, glaube ich, Keltenringe auch tatsächlich mit so keltischen Ornamenten drauf und so. Das entsprach dann mehr meinem Bild von dem, was ich gerne haben wollte. Etwas breiter, etwas robuster wirkend, sage ich jetzt mal. Das war halt so dieses typisch maskuline, was man so breit, robust, durchaus ein bisschen dunkler gefärbt, also teilweise mit schwarzen, größeren Schwarzflächen und so. Das war dann eher so mein Ding. Und tatsächlich, wie gesagt, war es für mich im Nachhinein betrachtet eher, ich möchte darstellen, das ist Absicht. Und ich möchte nicht den Fuß vollkommen nackt haben. Mittlerweile trage ich sie nicht mehr. Mittlerweile bin ich dem Spruch gefolgt, den wir hier im Podcast mal gehört hatten von Pelle. Ist der Fuß nicht schmuck genug? Und danach verfahre ich auch fast. Weil was ich noch trage, ist ein Knöchelband in Leder. Das könnte ich mir aber tatsächlich vorstellen, auch unabhängig vom Barfußlaufen zu tragen. Und das fand ich auch so einfach nett. Also ich empfehle tatsächlich Kunden von mir, die ihren eigenen Füßen nicht positiv gegenüber gestimmt sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Denen sage ich, Mensch, würdige deine Füße, indem du die mit guten Cremes eincremst, indem du die dir selbst massierst, indem du die entsprechend pflegst, indem du dir mal zwischendurch einen netten Nagellack drauf machst, indem du die auch mal schmückst mit Schmuck oder mit Ketten oder wie auch immer. Um einfach auch ein anderes Verhältnis zum Fuß zu bekommen. Weil gerade wir Frauen, Hände ist für uns selbstverständlich. Die pflegen wir, die pfeilen wir, die lackieren wir, die schmücken wir mit einer hübschen Uhr, mit einem Armband oder, oder, oder. Aber es gibt halt wirklich Menschen, die haben zu ihren eigenen Füßen kein gutes Verhältnis. Die finden die eklig, die schämen sich für ihre Füße, die würden sie niemals draußen präsentieren und zeigen. Und wenn man dann erstmal bei sich zu Hause anfängt und sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt erst mit meinen Füßen, mit der Pflege und ich schmückse peu a peu, dann macht das auch enorm viel mit der Psyche tatsächlich aus. Ja, und es sind verdammt viele Menschen, die mit ihren Füßen deutliche Probleme haben. Also nicht medizinischer Art, sondern dass sie ihre eigenen Füße nicht leiden können, nicht sehen können, dass sie fremde Füße schon nicht sehen können. Thema Fußphobien ja sogar entwickeln und dergleichen. Ja, das sind nicht wenige und es gibt gerade unter denjenigen, die dann tatsächlich das medizinische Problem haben, ganz häufig auch den Fall, dass sie sagen, ja, das möchte ich nicht zeigen, weil ich finde meinen eigenen Fuß so unansehnlich aufgrund der Probleme, Thema stark ausgeprägter Halux, Valgus und so weiter und so fort, dass sie das tatsächlich vermeiden. Ja, und das ist ein super Ansatz. Habe ich noch nie einem Kunden empfohlen, muss ich zugeben. Ja, aber es ist ein guter Ansatz, auf jeden Fall. Doch, das macht enorm viel aus. Also ich hatte in meiner Jugend ja auch das Problem, dass ich meine Füße nicht leiden mochte, dass ich die tatsächlich auch im Freibad ständig versteckt habe unter Handtüchern oder während andere Flipflops getragen haben, hatte ich so Wassersandalen, weil ich sie einfach nicht schön fand und ich weiß gar nicht, wer mir das damals empfohlen hat. Hat mir das überhaupt jemand empfohlen? Doch, aber ich weiß nicht mehr, wer. Auf alle Fälle ist es weg. Ist ja auch egal. Auf alle Fälle hat es funktioniert. So, Punkt. Ja, ist doch super. Ja, ich finde, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, wer das macht mit dem Schmuck, aber es ist wirklich ein schöner Ansatz, dann um seine Füße einfach zu würdigen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, gibst du den Tipp auch männlichen Workshop-Teilnehmern bei dir? Schmückt deine Füße mehr? Wie ist da die Reaktion? Also da ist es nicht sofort mit dem Schmuck, aber da ist es dann tatsächlich von wegen, beschäftige dich mit deinen Füßen. Ja, ja, also ich meinte jetzt tatsächlich den Hinweis, mach mal Lack drauf, mach mal Schmuck drauf. Machst du das bei männlichen Teilnehmern auch und wie reagieren die drauf? Ja, tatsächlich. Also klar, kommt drauf an, wie der Mann mir gegenüber auch eingestellt ist. Aber ich habe viele Männer, die auch zu mir kommen, die sagen, ja, ich habe echt Auerfüße, aber ich traue mich die gar nicht auszupacken, weil die hässlich sind. Mhm. Weil ich sage denen auch immer, hey, ne, barfußlaufen hilft und fang doch einfach mal zu Hause an. Und um auch tatsächlich den Ekel zu verlieren, sage ich auch, nimm dir Zeit, nicht nur mit der Pflege, sondern probier es doch einfach mal aus. Mach doch mal einfach ein Fußkettchen drum. Ja. Aus Leder zum Beispiel, ne. Ich habe ja hier auch teilweise Sandalen selbst gefertigt und da gebe ich auch ganz gerne einfach auch mal Lederschnüre oder so mit, die ich hier eh habe und sage, probier es einfach mal aus. Lern doch deinen Fuß mal kennen. Ja. Und schmück den doch in deinem Sinne erstmal dezent, nur für dich zu Hause, damit du auch einfach dann vom Kopf her ein anderes Gefühl zu deinem Fuß bekommst. Habe ich zum Beispiel auch mit angefangen, ne, mit so einem selbstgeknüpften Lederband, dann mal auch was Farbiges ausprobiert aus einem Nylonband, um mal was Farbiges zu haben, fand ich auch beides ganz nett. Und irgendwann bin ich dann auf das gekommen, was ich jetzt habe und das trage ich jetzt auch schon ziemlich lange und sollte es mal irgendwann in die ewigen Jagdgründe eingehen, werde ich mir das auch nochmal neu bestellen, weil das hat wirklich ein Messingreifen, so in der Größe von einer 1 Cent Münze, wo halt zwei Schlitze eingearbeitet sind, wo dann halt mit, auf der einen Seite ist das Lederband angenietet und auf der anderen Seite kannst du dann das Lederband in der Länge verstellbar durchziehen. Und das sieht halt echt toll aus, das ist bei mir jetzt zweimal um den Knöchel herum, man kann es bis zu dreimal um den Knöchel, je nachdem wie massiv der Knöchel so ist und das sieht super aus. Ich habe jetzt sogar eins, wo so Worte eingestanzt sind, verschiedenste, gibt es auch komplett glatt. Man findet dann irgendwann immer was, was einem selbst gefällt, was man gut findet. Richtig, der Markt, der ist ja mittlerweile da auch schon sehr, sehr breit geworden. Also ich denke auch, dass auch Männer da mittlerweile auch echt gute, hübsche Sachen finden. Ja, auf jeden Fall. In massiveren Kettenformen oder so, da gibt es ja auch schon von bis, ne? Ja, es gibt auch schöne Sachen in etwas filigraner, aber da kommt es dann tatsächlich auch mal so auf den, ich bin jetzt ja ein robust gebautes Kerlchen, sage ich jetzt mal so schön, aber es gibt zum Beispiel so Sachen, so mit so Ankern oder Federchen und also so ein bisschen filigraner, was dann auch so, ohne es despektierlich zu meinen, so Richtung Hippie geht, Surferboy, sowas in der Richtung. Und wer jetzt zum Beispiel etwas sportlich athletischer ist, zu dem passt das vielleicht vom Körper dann auch etwas besser, wenn man sowas trägt, auch durchaus. Ich finde es für mich halt blöd, weil ich ein massiver Typ bin. Ich als massiver Typ brauche massiven Schmuck. Also mein persönliches Ästhetik-Empfinden dazu, wenn ich jetzt da so ein filigranes Surferboy-Maui-Aloa-Helkettchen tragen würde, würde das zu mir einfach nicht passen vom Typ, finde ich. Klar, das ist auch Style-Sache und Geschmackssache, finde ich, ne? Ja, 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 absolut. Ja, wie gesagt, hier mein Fußball-Fan, der kleidet sich halt auch immer sehr, sehr bunt, je nach Fußballverein. Von daher, das steht ihm, man kennt ihn nicht anders und das passt einfach. Das ist schon, also ich finde das ziemlich cool. Ich finde das auch mutig, wenn Männer das machen. Ja, absolut. Ich finde es immer, gerade bei Männern, finde ich halt nur diese Abgrenzung zwischen mutig und albern übertrieben ist manchmal, das ist so eine Gratwanderung, finde ich. Also wenn man, wenn man dann wirklich gefühlt an 10, 10, 20 Ringe trägt und dazu noch am besten Schellenkettchen und ja, ansonsten ist der Fuß aber ungepflegt und krumm wie eine Brezel, sage ich jetzt mal, dann geht schon so ein bisschen in die Tendenz, es wirkt nicht im Gesamtbild. Okay. Ja gut, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, ne? Das ist so. Und wenn man sich selber betrachtet und sagt, boah, ne, viel ist toll, dann ist es, also meins wäre es halt auch nicht. Also ich habe das auch ausprobiert mit verschiedenen Ringen zum Beispiel. Ich habe nie nicht einen passenden Ring für mich gefunden. Ich fand das immer sehr schade, weil ich mag eigentlich 10 Ringe sehr, sehr gerne. Ich fand das bei dir auch immer sehr schön mit den keltischen Symbolen drauf. Ich habe da nie einen passenden gefunden. Und ich habe auch die Gefahr gehabt, bei mir reagiert tatsächlich der Fuß sehr stark auf äußere Einwirkungen, sage ich mal vorsichtig. Und ich hatte immer das Gefühl, dass 10 Ringe bei mir Hammerzehen verursachen. Okay. Ich hatte echt immer das Gefühl, okay, wenn da was drum ist, da reagiert meine Muskulatur drauf, die spannt sich da drunter an. Okay. Und der eine Zeh, wo halt oft der Ring drum war, der halt auch nicht richtig passte, muss ich zugeben, der fing an, sich wirklich einzukrallen. Ah, das ist schlecht. Nur der eine, nur der eine. Ich habe das dann auch tatsächlich mal mit der Fußpflege thematisiert und habe gesagt, ist dir das bekannt, dass 10 Ringe tatsächlich irgendwie auch was auslösen können am Fuß. Aber sie war halt nicht Podologe in so einer Fußpflege. Sie kannte sich da in die Tiefe nicht so aus. Ich bin dem leider nie richtig auf den Grund gehen können. Aber ich hatte immer das Gefühl, oh Pacht, auch so ein Zehenring kann auch echt mal da Fehlstellungen forcieren. Hattest du einen geschlossenen oder einen halboffenen Zehenring? Nee, einen halboffenen. Ja, also ich hatte auch zwei halboffenen. Also es gibt auch geschlossene Zehenringe, die werden dann extra vom Goldschmied angepasst an den Zeh. Habe ich auch schon mehrfach tatsächlich gesehen. Fand ich auch ganz interessant. Würde mich insofern stören, weil er eben überhaupt nicht abnehmbar ist. Wer da dran ist, ist er dran. Die einzige Möglichkeit, ihn abzunehmen, ist, ihn zu zerstören oder zumindest wieder aufzutrennen. Das wäre so mein persönliches Problem damit. Deswegen hatte ich mich auf jeden Fall für die Variante halboffen entschieden. Und ich habe mich dann aus diversen Gründen auch entschieden, sie wieder abzulegen. Also erst mal haben sie mich nicht, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie eine Zehenfehlstellung bei mir forcieren, sondern eher das Problem, dass sie teilweise sich verformt haben. Insbesondere, wenn ich gezielte Übungen gemacht habe und dann aus irgendeinem Grund Druck darauf kam. Dann haben sie sich am Zeh verformt und haben eventuell den Zeh ein bisschen abgequetscht oder haben die Haut eingeklemmt. Ich hatte darunter ganz häufig auch gereizte Hautstellen, weil gerade an den Enden, wenn es dann wirklich zu so einer Quetschung kam, dann hatte ich da tatsächlich Wunden auch. Das war für mich ein Riesenproblem. Und je mehr ich mit meinen Füßen auch tatsächlich an Training gemacht habe oder eben halt auch hier Dinge vorgeführt habe, desto mehr waren sie tatsächlich zum Problem geworden. Und ich hatte zum Beispiel auch das Problem, ich hatte relativ wenig Wahl, wo ich sie hinpacke. Meine Schwiegermutter zum Beispiel trägt einen Zehenring direkt unterhalb des Zehennagels am zweiten Zeh. Oh, okay. Ja, kann funktionieren. Habe ich auch schon ganz oft gesehen. Ich kam damit überhaupt nicht klar an der Stelle, weil mein zweiter Zeh eben länger ist und da ja viel Last beim Abrollen drauf ist. Deswegen war die Stelle für mich tabu. Das funktionierte nicht. Ich habe mich dann auch so aus, ich sage jetzt mal optischen Gründen, für den mittleren Zeh in einer Grundgelenk entschieden. Ja, und da stört es dann tatsächlich bei den Übungen auch, weil es eben entweder verklemmt war oder ich konnte zum Beispiel ein Gecko-Zeh nicht vernünftig machen, weil dann der Ring, weil er zu breit war, blockiert hat. Ja. Sodass ich ihn teilweise vor Workshops musste ich die Ringe sowieso dann abnehmen, wenn ich meine eigenen Übungen gemacht habe, teilweise abnehmen. Ich habe ihn tatsächlich während der Arbeit oftmals abgenommen aus Sicherheitsgründen, latscht mir mal einer auf den Fuß. Und bei mir ist es ja nun mal so, dann macht das einer mit Absicht, um mich zu verletzen und klemmt mir und verbiegt auf einmal den Zeh dann im Schuh. Und ja, dann wer weiß, wann ich die Zeit habe, dann so einen Schuh auszuziehen und das wieder zu richten, dann klemmt es mir vielleicht das Blut ab. Und dann habe ich noch größere Probleme. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, okay, wenn ich sie eh häufiger absetze als anhabe, dann bleiben sie halt ganz weg. Richtig. Richtig. Nee, das kann ich auch so teilen. Also ich hatte dann auch einen Zehenring gefunden. Also ich hatte, wie gesagt, halt auch nur diese halboffenen, der einigermaßen saß. Aber wenn ich den dann abends abgemacht habe, war halt teilweise echt auch irgendwo links oder rechts was wundgerieben. Und das merkst du so nicht. Also durch Schweiß oder durch Staub, was dazwischen kommt oder Barfußläufer irgendwie, ein bisschen Dreck aus der Natur oder, oder, oder. Da kann halt was reiben und das reizt halt auch die Haut. Und ich bin eh ein Mensch, wenn ich abends ins Bett gehe, dann bin ich komplett schmucklos. Ich lege wirklich alles ab. Und bei den halboffenen Ringen war das dann so, ich habe die schwer drangekriegt und schwer abgekriegt. Und das war halt irgendwann dann auch so nervig, dass ich dann auch gesagt habe, ey, nee. Ja, vor allem, wenn du, wenn du, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen etwas schlecht verarbeitete oder vom Material her günstigere Ringe hast, die brechen dir mit der Zeit ja auch vom dauernden Auf- und Zubiegen. Ja. Das hatte ich tatsächlich auch bei zwei Ringen, die ich davor getragen hatte. Die waren so billig verarbeitet, sage ich jetzt mal, die habe ich vielleicht 14, 15 Tage getragen, dann sind die gebrochen vom dauernden Auf- zu, Auf- zu, Auf- zu. Okay, also meine kann ich gar nicht biegen. Also meine muss ich seitlich an den Zeh anlegen mit der offenen Stelle, dass ich den seitlich dann halt ranklicke sozusagen und dann drehe ich den Ring, sodass er die offene Stelle nach unten zeigt. Ah, okay. Also ich kriege den nicht über Zehennagel oder Fußperle oder Zehnperle kriege ich generell keine Ringe drüber. Okay. Weil die bei mir doch sehr dick sind. Ja gut, das ist vielleicht der Vorteil, dass jetzt meine Ringe waren halt breit, aber etwas dünner vom Material her und die konnte ich dann wirklich etwas aufbiegen, drüber ziehen und dann wieder zuzubiegen. Hatte aber dann leider den Nachteil, dass sie sich halt irgendwann auch nicht mehr in so einer runden Form begeben hatten. Ja, richtig. Da musste ich die zwischendurch immer runternehmen. Ich hatte hier so einen Plexigastab, da habe ich sie dann wieder ein bisschen in Form gebracht zwischendurch. Ja, aber unterm Strich haben die sich natürlich regelmäßig stark deformiert. Und ich habe auch übrigens immer noch genau an den Zehen, wo ich die Ringe getragen habe, ich trage sie jetzt tatsächlich seit weit über einem Jahr nicht mehr. Aber da, wo ich die Ringe getragen habe, habe ich oben auf den Zehen Hornhaut. Mhm, genau, von der Reibung. Ja, hatte ich auch zwischendurch, ja. Ja, ist auch ganz schwer, die wegzubekommen, weil da kannst du nicht großartig mit einem Bimstein oder so drangehen, weil das macht die Haut da nicht lange mit. Wenn du da mit einem Bimstein rumrubbelst, das ist nicht gut. Ja, kannst du nur cremen, cremen, cremen und nochmal cremen, ne? Ja, Ringe finde ich auch, also sehen toll aus, aber wie gesagt, wenn man da nicht den passenden findet, ist es schwierig oder halt auch die Gefahr, wie du sagtest, Übungen nicht richtig ausführen zu können. Und ich sage mal, es ist ja nicht nur Übungen nicht richtig ausführen zu können, sondern wir predigen ja auch mehr oder weniger ein gesundes Gangbild. Und wenn der Zeh schon diesen Gekko-Zeh nicht richtig zulässt, hast du dann ein sauberes Gangbild? Passt sich dein Gangbild tatsächlich an, weil du den Zeh hast, wenn du zum Beispiel die Gekko-Zeh nicht richtig machen kannst? Also ich habe ja den Zeh bei mir am mittleren Zeh getragen. Der hat ja jetzt nicht die Hauptlast beim Gangbild, sondern der läuft ja gerade jetzt bei mir eher dann Großzeh, zweite Zehe. Und die dritte hat jetzt nicht mehr so viel Last gehabt. Ich habe es tatsächlich eher gemerkt, wenn ich es wirklich gezielt gemacht habe, den Gekko-Zeh oder eben halt, wenn ich, ich gebe noch ein Bild bei mir bei Instagram, wo ich tatsächlich gezeigt habe, wo der Gekko-Zeh halt Sinn macht, wenn du an so einer Schräge stehst. Und da sitze ich in einer tiefen Hocke auf so einem Felsen drauf und habe ich tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt noch die Ringe getragen. Und da hat mich der Ring tatsächlich massiv gestört, weil ich eben durch den Gekko-Zeh, den dann mein Fuß auch eingenommen hat, um mich auf diesem Fels zu halten, dann sich die Ringe wirklich tief ins Fleisch gegraben haben, so gefühlt. Also da hat es mich tatsächlich massiv gestört, da habe ich es per se wahrgenommen. Beim normalen Gehen auf gerader Fläche in der Ebene habe ich es nicht gemerkt. Und ja, ich muss zum Beispiel sagen, ich finde es total schade, dass ich sie nicht mehr tragen kann. Also so muss man es einfach bezeichnen. Ich kann es einfach nicht mehr, weil es eben sinnfrei ist bei mir. Aber ab und zu denke ich schon noch, ach, sah eigentlich schon ganz nett aus. Vielleicht wäre das mal ein Geburtstagsgeschenk, sich mal wirklich einen Ring richtig anpassen zu lassen. Ja, also ich habe tatsächlich überlegt, meine beiden Ringe, die ich hier ja auch noch immer habe, die gefallen mir ja auch durchaus. Aber ich habe zum Beispiel überlegt, ob ich zu besonderen Gelegenheiten das einfach mal mache. Also so wie man halt ja auch besonderen Schmuck an die Hand legt vielleicht oder eben halt auch als Kette oder sowas bei irgendwelchen besonderen Gelegenheiten, habe ich tatsächlich überlegt, zu besonderen Gelegenheiten dann einen solchen Ring zu tragen. Mal gucken, jetzt gab es länger keine besondere Gelegenheit dazu. Heute im Schnee? Na, ich dachte jetzt eher so, weißt du, wenn ich, wenn ich, weiß ich nicht, auf eine Feierlichkeit eingeladen bin, ob ich das dann mache. Weil auf einer Feierlichkeit mache ich keine Übungen vor. Auf einer Feierlichkeit werde ich im Regelfall nicht in irgendwelchen Schrägebenen in der Tiefenhocke hocken oder dergleichen, sondern... Kommt auf die Feier drauf an. Kommt auf die Feier, ja. Okay, auch gut. Aber habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, weil ich war ja auch schon barfuß auf Hochzeiten und zu dem Zeitpunkt waren meine Füße dann aber tatsächlich schmucklos. Und ja, warum soll man nicht auf eine Hochzeit dann vielleicht, wenn man barfuß auf eine Hochzeit geht, auch den Fuß wieder schmücken? Ja. Vielleicht ergibt sich diese Gelegenheit, darüber nachzudenken nochmal. In nächster Zeit steht erstmal keine Hochzeit an. Bei mir ja im Juni. Warte, Juni? Warte, hier ist doch die Einladungskarte. Nee, Juli. Entschuldigung. Juli. 22. Juli 2022. Genau. Da werde ich berichten. Da nehme ich mir nämlich auch vor, definitiv barfuß hinzugehen. Und ja, bis dahin lasse ich mir bestimmt noch was einfallen in Sachen Schmuck. Da ist ja auch wieder so ein bisschen das Thema Gender, Geschlechtsunterschiede. Also wenn eine Frau barfuß zu einer Hochzeit kommt, glaube ich, wird das weniger kritisch gesehen, als wenn ein Mann barfuß zur Hochzeit kommt. Ja gut, ich begib mich da, denke ich mal, doch ein gewisses Risiko hin. Es ist nämlich eine Gothic-Hochzeit. Und da werden alle bestimmt diese massiven, krassen Boots tragen. Und wenn ich da die Einzige bin, die da barfuß aufläuft, puh. Solltest du einen Tanzpartner haben, der dir nicht auf die Füße latscht. Definitiv, definitiv. Aber da würde ich tatsächlich am ehesten noch glauben, dass das gerade bei Frauen am wenigsten als störend empfunden wird. In so einem Kreis, sage ich jetzt mal, bei dieser Gruppierung ist das, glaube ich, am ehesten noch mit Akzeptanz belegt. Ja, hast du recht. Finde ich sowieso. Da sind wir Frauen klar im Vorteil. Ja, also nicht nur, dass Frauen da klar im Vorteil sind. Ich sage es ja immer wieder, bei einer Hochzeit um Mitternacht fliegen die High Heels der Frauen sowieso in die Ecke und es wird barfuß weiter getanzt bei der entsprechenden Temperatur. Wenn das ein Mann macht, wird er komisch angeguckt. Das ist einfach so. Und dann kommt es tatsächlich auch immer darauf an, in welcher Gruppierung bewege ich mich. Jetzt, um mal wieder so ein paar Stereotypen zu bedienen, bin ich in einer Hippie-Community unterwegs, wo sowieso schon alle mit, weiß ich nicht, mit bunten Bändern im Haar, Dreadlocks und Konsorten, wo das, dann passt das schon immer gleich zum Typus. Da wird das natürlich eher akzeptiert, dann wurde jetzt, sagst du, im Bereich Gothic sicherlich auch ein bisschen akzeptierter. Oder habe ich jetzt hier die Äthipität-Leute, wo alle hier, weiß ich nicht, in Dolce und Gabbana kleid und so einer Geschichten, dann wird man vielleicht auch als Frau schon etwas schräger angeguckt, als Mann erst recht. Also da kommt es wirklich immer auch darauf an, in was für einem Kreise bewege ich mich da eindeutig. Recht hast du. Recht hast du, das stimmt. Und da haben wir Frauen es sowohl im Schmuck als auch generell beim Barfußlaufen deutlich einfacher. Ja, also Frauen haben auch definitiv schon allein mehr Auswahl. Also wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe bestimmt 50 Ringe in der Hand gehabt. Ich bin, glaube ich, jeden Schmuckladen, jeden Nippesladen, wie sie hier heißen, von Brigitte und Klairs und wie sie alle heißen, Primark. Die haben alle irgendwo so kleine Schmuckabteilungen, wo du so eine Dinger kriegst. Aber versuch da mal was Maskulines zu finden. Dann kannst du dir eine Pfeife rauchen. Also das Maskulinste, was du dann hast, ist ein Stecknadel, dickes Ringlein in schwarz lackiert. Das ist das Maskulinste, was du kriegen kannst. Und das finde ich, das passt da halt nicht zu mir. Aber es ist halt schwierig. Für Frauen findest du sowas wie Sand am Meer. Wieso, Alex? Du musst doch nur im Baumarkt gehen. Da hast du Unterlegscheiben. Du hast nur Dichtringe. Du musst mal auch mal praktisch denken. Da finden wir Frauen wiederum nichts. So eine Schraubenmutter einfach dann nehmen und dann auffräsen. Und ja, ist klar. Du hast auch Ketten jede Menge. Auch mal Endlos-Schnur. Kannst ja auch. Du musst nur erfinderisch sein. Ich wollte nicht den ganzen Körper mit Ketten behängen, sondern wenn nur den Fuß. Ja, also, aber es klingt erstmal lustig, aber wenn man mal das jetzt ernst nimmt, man nimmt sich wirklich eine Kette aus dem Baumarkt oder so. Man muss auch wirklich aufpassen, dass man mit dem Material auch sich nicht selber blockiert, hemmt und verletzt. Ja. Es gibt ja so viele Selbstbauten, sicherlich auch tolle Klamotten dabei, aber wenn das wirklich dann so massiv ist, dass es zu Verletzungen führt oder zu einer Gangbildveränderung, du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dann muss man wirklich aufpassen. Aber ansonsten, ja, gibt es genug Möglichkeiten, auch do-it-yourself Fußschmuck herzustellen, gar keine Frage. Definitiv. Ja, Fußketten finde ich auch immer ganz nett, aber ich habe da auch tatsächlich schon mal einer Frau empfohlen, weniger ist mehr, weil die einseitig echt ordentlich Gewicht auch trug. Ja, okay. Ja, die hat sich da was schenken lassen oder anfertigen lassen sogar auch, auch mit massiven Steinen. Mhm. Und das hat sie so gerne getragen, im Sommer viel getragen oder fast ausschließlich auch nur das getragen und immer auch nur an der einen Seite, wo ich auch gesagt habe, ey, die Dosis macht das Gift, wechselst du auch mal die Seite? Nö. Legst du da auch mal was leichteres an? Nö. Nö, Risiko, also wirklich mit Köpfchen tragen, ist so. Also nicht nur jetzt, was du sagst, Verletzungsgefahr durch Reibung, sondern auch das Gewicht, das finde ich manchmal auch ein bisschen problematisch. Äh, Risiko, nochmal ein gutes Ding, ne? Barfußwanderung mit Schmuck. Was ist, wenn ich mit den Dingern hängen bleibe? Oh ja. Nö. Nicht nur in der Natur, auch in der Stadt kann ich mit so einem Ding irgendwo mal dran hängen bleiben. Und dann habe ich eventuell auch ein massives Problem. Es gibt auch diese Fußrückenschilder, also diese Barfußsandalen, die dann mit so einer Art Nylonschnur vorne, also halb unsichtbar befestigt werden. Bleibe ich damit irgendwo hängen? Diese Schnur, die schneidet ein. Aber richtig. Und da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. So ein Material, wenn das wirklich irgendwo sich verheddert, egal ob Fußring, Fußkette, sonst irgendwas, bleibt hängen und man zieht dran oder kriegt es halt nicht mit und bleibt. Dann kann man sich ja von oberflächlicher Hautverletzung bis wirklich zum Knochenbruch so ziemlich alles zuziehen. Da sollte man deutlich aufpassen. Ja, hast du recht. Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen. So ein dünnes Nylonschnürchen, damit man halt die Befestigung nicht richtig sieht. Ja, kann ganz schön aua sein. Was auch aua sein kann, da kann ich sogar aus eigener Erfahrung berichten, sind Nagellacke. Hm, hm. Hm, hm, hm. Okay, nicht ganz so dein Thema, aber. André hatte es ja hier auch schon mal erwähnt, was Nagellacke im Fuß anstellen kann, ja. Ja, genau. Es gibt ja Nagellacke von bis. Es gibt Nagellacke, die lassen Licht durch, die lassen Sauerstoff durch. Die kriegt man aber eher seltener in Drogerie und Discounter. Hm. Das, was man halt so zu kaufen kriegt, sind tatsächlich Nagellacke, die sind dicht. Also nicht lichtdurchlässig und nicht sauerstoffdurchlässig. Und was macht das auf Dauer mit dem Nagel? Meine Fußpfleger hat damals immer gesagt, trag deine Lacke von O bis O, also von Ostern bis Oktober, das wäre kein Ding, aber gönn dem Fuß doch dann bitte wieder, oder den Nagel, nicht dem Fuß, Licht und Sauerstoff. Aber was machen wir denn ab Oktober? Socke, Boots, weil dann ist Winter. Also da ist auch nicht mehr viel los mit Sauerstoff und mit Licht. Und das ist tatsächlich so. Also der Nagel, der ist super empfindlich. Der braucht zwischendurch seine Vitamine, durch Sauerstoff und durch das Sonnenlicht. Und wenn du jetzt wirklich dann die Sonnenzeit komplett nur Lack hast und den selten abmachst, oder es gibt auch Kandidaten, die machen den nie ab, die schmieren immer nur neu drüber. Da wird dann ein bisschen ausgebessert, geflickt und dann nochmal eine Lage drüber, damit man es nicht sieht. Dann kann sich da nicht nur ein Pilz bilden, sondern der Lack, der kann auch tatsächlich richtig verkümmern oder auch richtig massiven Schaden davon tragen. Und das ist mir tatsächlich auch mit Anfang 20 oder so passiert. Ich hatte damals einen heftigen Nagelpilz und da gab es damals schon diese Lacke, die diesen Nagelpilz bekämpfen. Die waren aber nicht so wie heutzutage, diese Anti-Pilz-Lacke, dass die halt auch so ein bisschen blickdicht sind. Also habe ich dann über diesen Anti-Nagelpilz-Lack nochmal meinen massiven Lack drüber gelackt. Alles im Lack. Genau, alles im Lack. Und damit der Lack noch richtig hält, machst du nochmal eine ordentliche Lage Klar-Lack drauf. Ach du ja. Ja, ist so. Kack-Lack. Genau, richtig. Dann hast du also drei, vier Lagen Lack, damit das Ganze auch vernünftig hält. So, und was passierte da mit meinem Nagel? Der wohnt nicht gesünder. Glaube ich. Ich habe den tatsächlich verloren. Uh, nicht schön. Nein, echt nicht schön. Und da möchte ich ganz gerne wirklich euch wachrütteln und warnen. Also macht gerne, schmückt euch, pflegt euch, aber mit Köpfchen. Wirklich mit Köpfchen. Es ist in der Natur nicht vorgesehen, das ganze Jahr Handschuhe zu tragen. Also warum sollten wir auch das ganze Jahr dann den Nagel dann auch noch einlacken? Ne, also passt da wirklich auf euch auf. Sauerstoff und Licht braucht die Haut und braucht auch der Nagel. Thema, Thema Gelnägel und sowas, ne, auch ganz. Also meine Frau macht das an den Fingern und mittlerweile ist die an einem Punkt angelangt, wo sie eigentlich ohne kaum klarkommt, weil der natürliche Nagel so empfindlich ist, so dünn geworden ist, dass der quasi, ja, der bräuchte mal Zeit, sich zu regenerieren. Und ich habe das tatsächlich auch schon mal bei Frauen gesehen, die dann am Fuß gehen. Gelnagel mit French, ja, Gelnagel, sieht nett aus. Also wenn der Fuß auch noch nicht komplett Bruch und Dallas ist, sieht das ja auch wirklich hübsch aus, aber birgt dann ja die gleichen Gefahren. Und gerade, wenn wir uns dann ja überlegen, irgendwann ist der Sommer vorbei, du sagst es, der Fuß muss in den geschlossenen Schuh und wenn dann der natürliche Nagel eben nicht mehr robust genug ist, ja, das habe ich dann ratzfatz richtig Probleme, Nagelpilz, Nagelbruch, keine Ahnung was alles. Ja, muss man auf jeden Fall auch drüber nachdenken. Ja, richtig. Ja, man stört das Immunsystem des Nagels und der Haut, ne. Es gibt da auch, also ganz, ganz fiese Sachen, da könnte ich echt aus dem Nähkästchen plaudern. Also auch Allergien gegen Nagellack, sodass sich das Fußbett dann auch massiv entzündet, oder Nagelbett, nicht Fußbett, massiv entzündet, ne. Oder dass der Nagel entweder brüchig oder total weich wird, darunter richtig aufweicht. Also da gibt es wirklich von bis, von daher, ne, eine Woche tragen und wenn dann mal merkt, okay, es wird von alleine dünn oder blättert ab, runter damit. Und dann wirklich mal so ein, zwei Tage wieder Luft und Sonne dran lassen, ne, und dann kann man ja gerne wieder schmücken. Aber wirklich, die Dosis macht das Gift. Das betonen wir ganz, ganz oft und das passt wirklich auf sämtliche Themen auch zu. Luft und Sonne an die Füße und die Nägel. Ja, dann werden die sogar von alleine schön. Das ist nämlich der Trick dabei. Das empfehle ich auch gern immer den Männern, ne, die zu Hause dann dicke Socke und dann hier noch Birkenstock-Klocks irgendwie tragen, wo ich dann sage, ja, wie soll denn da der Fuß hübsch werden oder der Nagel sich wieder generieren. Richtig. Wenn du das feuchtwarme Milieu aufrecht erhältst. Richtig, absolut richtig. Ja, haben wir noch irgendeinen Schmuck vergessen? Wollte ich gerade darüber nach, ne, also vom Schmuck her so. Ähm, wir haben aber mal, wir beide haben mal beim Thema Erfrierung auch darüber philosophiert, obwohl Zehnringe Erfrierungen begünstigen würden. Ja, haben wir. Haben wir. Sind wir auf ein Ergebnis gekommen? Nein. Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, sind wir tatsächlich nicht. Ich habe auch immer noch keinen gefunden, der dazu wirklich eine gekonnte Aussage treffen kann. Es gab diese Diskussion tatsächlich auch mehrfach in den sozialen Medien. Auch zu unserer Folge Erfrierung gab es darüber Gespräche. und da gab es Hüwi-Hott-Meinungen, also von Zehnringträger, die sagten, das beeinträchtigt mich gar nicht. Von anderen, die sagen, im Winter bei Schnee ziehe ich die Zehnringe aus, weil ich eben das Gefühl habe, dass es schneller geht. Im Endeffekt muss man sagen, kann ich es jetzt nicht abschließend sagen, die Möglichkeit besteht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es so weit ist, dass man sich Erfrierungen zuzieht, dann hat man sowieso schon was falsch gemacht. Und dann ist es wahrscheinlich auch egal, ob man einen Zehnring trägt oder nicht, weil dann ist einfach alles betroffen, unabhängig vom Zehnring. Also da sollte man tatsächlich auch, aber trotzdem Vorsicht walten lassen. Es ist halt Metall, Metall ist halt Wärme- und Kälteüberträger in beiden Richtungen. Wobei zum Beispiel, ich habe auch Zehnringe getragen in der Sauna, das war überhaupt kein Problem. Solange es auf der Haut aufliegt, ist es egal, was für einen Schmuck, dann hast du auch kein Problem, weil es sofort abgeleitet wird. Genau, ähnliches habe ich als Vermutung tatsächlich geäußert zum Thema Erfrierungen. Auch da wird der Ring nicht so viel kälter, auch das wird abgeleitet. Vielleicht macht es einen Unterschied, wenn man wirklich an jedem Zehnring trägt, dass dann der Fuß grundsätzlich an sich früher runterkühlt. Aber auch dazu kann ich nichts Gezieltes sagen. Ich würde trotzdem zur Vorsicht raten, grundsätzlich. Ja, sehe ich genauso. Mit Köpfchen. Mit Köpfchen. Mit Köpfchen Schmuck tragen, alles gut. Wie gesagt, Schmuck kann aus meiner Sicht schön sein. Für mich kann aber auch ein ungeschmückter Fuß eben schön sein, ist der Fuß nicht schmuck genug. Mein Fuß ist mir mittlerweile eigentlich schmuck genug, dass ich bis auf dieses Lederband am Knöchel, dass ich aber auch bei einer langen Hose eigentlich nicht sichtbar trage. Reicht mir das auch, ist mir dann trotzdem in Ordnung. Und ja, manchmal finde ich persönlich ist weniger, einfach mehr. Recht hast du. Ja, wie gesagt, 10, 10, 10, 10, 20, 10 Ringe sieht manchmal ein bisschen über aus. Sollte man dann vielleicht überlegen, ob dann nicht zwei Ringe pro Fuß vielleicht völlig ausreichend wären oder so. So, das war das Wort zum Sonntag, glaube ich. Auch wenn wir heute nicht Sonntag haben. Auf jeden Fall habe ich von meiner Seite alles gesagt, was ich zum Thema Fußringe oder überhaupt Fußschmuck sagen möchte. Ja. Du auch. Ich kann nur nochmal betonen, traut euch ruhig, probiert es einfach aus. Das Wetter ist jetzt dazu, wenn der Schnee denn wieder weggetaut ist. Also probiert es aus. Also es ist auch eine Wertschätzung, denke ich mal, sich selbst gegenüber. Von daher, seid mutig, macht es einfach mal, traut euch raus damit, fühlt rein, ob es sich richtig anfühlt. Macht alles mit Köpfchen, was ihr tut. Denkt daran, die Dosis macht das Gift. Und ja, ich freue mich auf den Sommer. So ist es. So, und wir oder ihr hört uns wieder in knappen 14 Tagen, 15.05. Und da geht es hier um das Thema Natural Running. Und zwar Natural Running at its best. Wir haben Alexander Kiso bei uns. Über 170 Marathons barfuß. Und das in weniger als 165 Wochen. Also mehr als ein Marathon die Woche barfuß. Oder maximal in einer Sandale. Wenn also einer weiß, wovon er spricht, wenn wir über Natural Running reden, dann der Alex. Da seid echt mal gespannt. Der hat viele tolle und interessante Sachen zu erzählen. Und wir schwuffen ab und zu auch mal mit ihm ein bisschen ab über das Thema. Ein bisschen. Ein bisschen über das Thema Barfußleben. Und sehr interessant, wie viele Parallelen sich tatsächlich auch mit ihm ergeben. Ähm, war die Anfänge des Barfußseins. Hört rein. 15.05. An gewohnter Stelle. Hinterlasst uns gerne in der Zwischenzeit ein paar Kommentare. Oder auch gerne mal ein paar Sternchen. Mittlerweile dürft ihr auch bei Spotify bewerten. Also bitte haut raus, was ihr mögt. Wir freuen uns über jeden von euch, der bewertet oder uns was da lasst. Und wenn ihr noch Themenvorschläge habt, dann auch bitte jederzeit an uns wenden. Und damit sind wir für heute raus. Das Team von Barfuß im Podcast verabschiedet sich. Und tschüss. Tschüss. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Jetzt kommt noch ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr Bedarf habt und jemanden im Bereich Fußtraining braucht und kommt aus dem Großraum Bielefeld und Gütersloh, könnt ihr unter www.körper-dynamik.de mich finden. Meine Angebote Fußtraining, Personal Training, Ernährungsberatung und Fit am Arbeitsplatz. Meldet euch gerne, ich würde mich darüber freuen. Und mich findet ihr persönlich im Großraum Dortmund oder halt im Ruhrgebiet eigentlich. Im Internet natürlich, bei Facebook, bei Instagram und unter www.barfußimpod.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinen aktuellen Angeboten, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt und wie ihr bei mir etwas buchen könnt natürlich. Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wir hören uns bei Barfuß im Pott und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuhstack heute nirgendwo, den ich auf. Barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, ich spür das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf hier hoch, hin auf, die Schuhe aus. Ich hab die Teile weg, lupf unten. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Ich stelle fest für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg, hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuhstack heute nirgendwo, den ich lauf barfuß, barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, bin's immer schwer loszulassen. Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht, ich will mich immer verpassen. Meine Abdrucksstärke, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, die um die Werte lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher, ich bin hier, ich bin leer. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Ich stelle fest für jede Porre meiner Haut, ich lauf den Berg, hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und du fragst, wo drückt der Schuhstack heute nirgendwo, den ich lauf barfuß, barfuß. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf.